Ich bin ja schon relativ lange im Einer unterwegs und da gab es relativ erfolgreiche Jahre und auch Jahre, die eigentlich auch erfolgreich waren, aber dann nicht mit dem finalen Ende, wie wir uns das alle geträumt haben oder erträumt haben und das sind jetzt hoffentlich meine dritten Spiele und ich war einmal Fünfter, einmal Dritter im Einer und mein Traum ist es immer noch, da mal ganz vorne zu sein. Ob es klappt, kann ich nicht sagen, es ist mein Ziel und dafür mache ich gerade alles und trainiere dafür und ich bin stark. Vielen Dank. Vielen Dank.